Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem AT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich ein defektes Notebook, das ist dieses hier. Das Problem ist hier, wenn man es einschaltet, dann funktioniert das Notebook ein paar Sekunden und dann schaltet es sich von selber aus. Dann macht es dann klack, die LEDs gehen aus, genauso als hätte es keinen Strom mehr. Und das ist dann ganz egal, was man da macht. Ab und zu bootet es nochmal ein bisschen das Windows 10 und geht dann aus. Manchmal geht es nach 2-3 Sekunden schon aus, wenn der Postscreen hier erscheint. Das ist ganz unterschiedlich. Ich stecke hier das Netzteil mal in das Notebook rein und schalte es mal ein. Und da leuchtet hier das Licht. Man hört hier was rauschen, das ist entweder der Lüfter oder die Festplatte. Und jetzt bootet es hier und geht direkt aus. Bei dem Versuch zu booten waren also ungefähr so 5 bis 10 Sekunden und dann hat es sich von selbst ausgeschaltet. Ich versuche das jetzt nochmal. Hier unten leuchtet die LED und zeigt also an, dass es Strom kriegt. Und ich schalte es mal ein. Da hört man jetzt hier das optische Laufwerk. Da ist eine CD eingelegt und hat sich direkt wieder ausgeschaltet. Manchmal, wie gesagt, funktioniert es auch so 30 Sekunden, 40 Sekunden. Manchmal geht es noch schneller aus und ich gucke mal hier nach der Ursache. Sowas kann natürlich ein defekter Akku sein und da gucke ich auch zuerst mal nach. Hier ist der Akku ganz leicht hier hinten rein geklickt. Kann man leicht rausnehmen. Es gibt ja andere Notebooks, da ist er innen drin eingebaut. Da muss man das gesamte Notebook zerlegen, um den Akku ranzukommen. Hier der Akku, der ist von, ich vermute mal so von 2010. Hier steht 2010.03 drauf. Das könnte so ein Datumscode sein. Und das Notebook könnte auch ungefähr so alt sein. Also nach so einer langen Zeit, da kann der Akku schon mal kaputt gehen. Der wäre jetzt 7, 8 Jahre alt. Und wenn man einen defekten Akku hat, dann kann natürlich ein defekter Akku sowas verursachen. Und ich probiere es mal ohne Akku. Der Akku ist also jetzt draußen. Das Netzteil habe ich hier angeschlossen. Und da geht das Gerät an. Bild kommt. Bleibt auch schon ein bisschen länger an. Und ich versuche mal hier von der CD zu booten. Und jetzt ist er aus. Jetzt hat er sich wieder selber ausgeschaltet, war aber ein bisschen länger an als vorher. Was auch sein könnte, ist, dass eine andere Komponente defekt ist. Zum Beispiel die Festplatte. Da baue ich mal die Festplatte aus. Es gibt auch Festplatten, da ist die Elektronik defekt. Und dann hat man entsprechende Fehler. Es gibt auch defekte Festplatten. Wenn man die einbaut, dann bootet der Rechner überhaupt nicht mehr. Oder lässt sich gar nicht einschalten, hatte ich auch schon gehabt. Ich probiere es hier mal ohne Platte. Die Platte ist jetzt draußen. Hier liegt sie. Ich habe den Rechner eingeschaltet. Da ist eine CD eingelegt, von der er könnte booten. Mal gucken, ob da was passiert hier. Sieht schon mal ganz gut aus. Besser als vorher. Und jetzt brummt hier das CD-Laufwerk. Und ich kann tatsächlich hier von starten. Und jetzt habe ich von der Ultimate-Boot-CD gestartet. Da ist ein Programm drauf, namens Mem-Test. Das ist auch wichtig, insofern, als dass hier eine Temperaturanzeige ist. Und hier bekomme ich angezeigt, wie heiß die CPU ist. Weil solche Fehler können prinzipiell auch an der CPU liegen. Also möglicherweise ist die Platte kaputt. Ich glaube es hier aber in dem Fall nicht. Das Gerät läuft, wollte ich jetzt gerade sagen. Und dann geht es aus. Ich habe das jetzt mal laufen gelassen hier. Und habe mal ein bisschen den Speicher getestet. Das hat aber auch nur ungefähr so 30, 40 Sekunden gedauert. Und dann ist der Lüfter hier angelaufen. Oder ist er hier drüben? Ich weiß es jetzt bei dem Gerät gar nicht. Der ist angelaufen. Den hat man richtig laut gehört. Und plötzlich hat es sich wieder von selbst ausgeschaltet. Also an der Festplatte lag das wahrscheinlich auch nicht. Und ich probiere mal ein anderes RAM. Ich habe das Notebook wieder rumgedreht. Und tausche mal die RAM-Module aus. Ich nehme einfach beide Module raus, die hier drin sind. Und baue mal ein anderes RAM-Modul ein. Könnte natürlich sein, dass irgendein RAM-Modul einen Effekt hat. Und die zwei tue ich mal raus. Und probiere es mal mit diesem RAM-Modul. Jetzt bootet er wieder von der Ultimate Boot CD. Und das ist ein Programm, wie gesagt, zum Testen von dem RAM-Speicher. Hatten wir ja vorhin schon. Jetzt hat er hier zwei Gigabyte RAM gefunden. Das ist ja ganz egal. Es geht ja um die prinzipielle Funktion. Da kann man irgendein Modul nehmen. Und ich sehe auch hier wieder die CPU-Temperatur. Und jetzt ist es aus. Ja, das Laufwerk läuft noch ein bisschen. Und das Gerät ist wieder direkt ausgegangen. Das waren jetzt die ganzen Sachen, die ich ausbauen konnte, ohne das Gerät weiter aufzuschrauben. Außer dem Deckel hier unten natürlich. Und die habe ich jetzt alle hier drüben mal hingelegt. Wenn ihr also solche Probleme habt, dann macht ihr das am besten auch so sukzessive. Das heißt einmal den Akku raus, dann die Festplatte raus. Dann die RAM-Module mal wechseln. Mal gucken, ob es an denen liegt. Die sind ja auch leicht zugänglich. Das kann prinzipiell gut sein. Und das ist ja hier jetzt nicht. Und jetzt gehe ich hier mal ein bisschen weiter. Und mache das Gerät mal ganz auf. Und gucke mir hier mal den Lüfter an. Es kann natürlich auch sein, dass das Gerät hier zu warm wird und dann sich aus Sicherheitsgründen abschaltet. Hier ist mein optisches Laufwerk drin. Und da ist auch noch mal eine CD drin. Darf man nicht vergessen. Da schraubt man meistens entweder hier eine Schraube raus oder neben an der Seite. Und dann kann man das so rausziehen. Und dann entfernt man unten alle Schrauben. Je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Guckt einfach mal auf dem Kanal. Da gibt es mittlerweile 100 Videos, wie man verschiedene Notebooks auseinanderschraubt. Und dann kann man das Gerät hier auseinandernehmen. Bei diesem Gerät dann zuerst die Tastatur. Bei meinem Notebook hier wird die Tastatur hier so rausgenommen. Da sind hier oben so kleine Laschen. Die drückt man mit einem Schraubenzieher nach hinten. Und dann kann man die Tastatur vorsichtig hier rausnehmen. Sieht dann so aus. Hier ist dann noch mal so ein Schieber. Manchmal ist es auch als Klappe da eingebaut. Das ist dieses schwarze Teil hier vorne an dem Stecker. Und dann kann man die Tastatur rausnehmen. Und hier sind verschiedene Schrauben drunter. Die habe ich jetzt schon mal rausgeschraubt. Je nachdem, wie gesagt, was für Notebook ihr habt, geht das bei euch anders. Guckt einfach mal in der Liste Notebooks auseinanderschrauben auf YouTube. Hier bei diesem Gerät kommt hier diese Klappe ab. Da sitzt dann die Tastatur drin. Und dann sieht man hier das Innenleben von dem Notebook. Und hier drüben ganz hinten, da ist der Lüfter. Und hier ist der Prozessor. Der ist auf der anderen Seite. Und wahrscheinlich auch die GPU, also die Grafikkarte. Ist schon ein bisschen warm, aber nicht unbedingt heiß. Und da gucke ich mir jetzt den Lüfter mal genauer an. Das hier ist der Lüfter für das Notebook. Der ist in so einem Gehäuse. Und den kann ich mit dem Schraubenzieher so ein bisschen anschubsen. Der läuft sehr leicht. Der lässt sich ganz leicht bewegen. Und wie man sieht, schwingt er noch so ein bisschen nach. Ist also ein Zeichen dafür, dass das Lager von dem Lüfter okay ist. Manchmal sind die Lüfter so zugestaubt und die Lager sind noch kaputt. Da lassen die sich entweder ganz schwer bewegen, manchmal gar nicht mehr. Oder wenn man die ein bisschen anstößt, bleiben die gleich wieder stehen. Aber der läuft ein bisschen nach und schwingt auch noch ein bisschen nach. Also das Lager her ist mit Sicherheit okay. Kann natürlich sein, dass jede Menge Staub drin ist. Und da gucke ich jetzt mal, ich schalte mal das Notebook ein. Bei diesem Notebook ist der Einschalter hier in diesen Deckel eingearbeitet. Der ist hier hinten. Der geht mit diesem Kabel hier ans Mainboard. Deswegen muss ich das jetzt hier wieder drauflegen. Und habe hier dann dieses Kabel angeschlossen, damit ich es überhaupt einschalten konnte. Und da kann man schon mal sehen, der Lüfter, der läuft. Das ist sehr schön, der dreht sich. Da kam mal kurz ein Bild. Und gut, da müsste es gleich wieder ausgehen. Ja, das tut es wie auf Kommando. Und der Lüfter, der hat sich hier sehr schön gedreht. Manchmal drehen die Lüfter sich aber nicht beim Einschalten vom Notebook. Das ist aber ganz verschieden von Gerät zu Gerät. Das liegt einfach daran, dass das BIOS entsprechend den Lüfter ansteuert. Manchmal steuert das BIOS den Lüfter so an, dass es direkt den Lüfter aktiviert und guckt dann, ob der sich dreht. Und über diesen Drehzahlimpuls hier bei manchen Notebooks passiert das erst später ganz unterschiedlich. Da wird es über die Temperatur von der CPU geregelt. Hier hat man es schön gesehen. Der funktioniert technisch. Wenn euer Lüfter sich also gar nicht mehr drehen lässt, irgendwie festgefressen ist, dann kann das natürlich ein Grund sein, dass das Gerät ausgeht. Dann sollte man auf jeden Fall den Lüfter mal sauber machen und meistens dann auch tauschen. Das ist hier nicht der Fall. Was natürlich sein kann, ist, dass der Kontakt zwischen dem Lüfter, der Heatpipe und der CPU, der an der GPU hier unterbrochen ist, dass die Wärmeleitpaste ausgehärtet ist oder dass da auf der anderen Seite vom Mainboard irgendwas abgefallen ist. Das ist möglich und ich baue das mal weiter auseinander. Ich habe jetzt hier verschiedene Schrauben rausgeschraubt, die hier oben drin waren, um das Mainboard jetzt hier anheben zu können. Teilweise sind da auch noch mal irgendwelche Kabel hier unten drunter ans Mainboard angesteckt, je nachdem, was für ein Modell ihr habt. Und die meisten habe ich jetzt hier gelöst. Eins ist noch dran, aber das macht jetzt nichts. Und so sieht das Mainboard von unten aus. Hier hat es dann den Lüfter und hier sieht man dann Grafikkarte und die CPU. Und diese Heatpipe hier, diese kupferfarbene, da wird die Wärme dann abgeleitet. Die Wärme geht dann also von den Prozessoren hier rüber, dann an den Lüftern, wird hier rausgeblasen. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen sauber. Ich schraube hier auch mal die Schrauben raus, die den Lüfter halten und mache mal den Lüfter, also das Lüfterrad hier raus. Das ist hier drüben meistens noch mal ein bisschen festgeklebt. Und da sieht man natürlich hier einen dicken Staubpelz. Der verhindert natürlich eine effektive Kühlung und das mache ich jetzt auch erstmal sauber. Auch hier diese Gitter, also alles hier vorne, da ist auch Staub da drin. Und könnte sein, dass das Notebook vielleicht mal überhitzt ist und jetzt einen dauerhaften Schaden hat. Kann natürlich auch sein, dass jetzt dieser Staub eine effektive Kühlung verhindert, da der Prozessor, der überhitzt. Und das Mähbord stellt das fest und schaltet das Sicherheitsgrönen ab. Manchmal hängt auch sehr viel Staub hier in diesen Lamellen drin. Da kann man so einen Kabelbinder nehmen, am besten so einen ganz dünnen und kann dann hier dazwischen gehen. Dann kommt dann der Kabelbinder hier vorne aus den Lamellen wieder raus. Das ist ein bisschen aufwendig, da muss man jede Lamelle einzeln reinigen. Aber manchmal geht es nicht anders. So hartnäckig sitzt da manchmal der Staub und der Schmutz drin. Jetzt habe ich nochmal das optische Laufwerk eingebaut, habe meine Ultimate Boot CD wieder eingelegt, habe von der gebootet und zwar dieses MemTest 86. Das läuft jetzt hier, zeigt hier die Temperatur an die CPU-Temperatur. Hier steht 60 Grad. Nach dem Einschalten ist sowas meist 40, 45, 50 Grad, also 10 Grad schon mal wärmer als direkt nach dem Einschalten. Und ich halte mal die Finger hier an diese Lüfterlamellen und die sind schon spürbar heiß. Jetzt hat sich das Notebook wieder selbst ausgeschaltet. Das ist auch nur ungefähr so eine Minute oder zwei Minuten gelaufen. Dieser RAM-Test war aber schon mal besser und vor allem länger als vorher. Hier am Lüfter ist es sehr heiß und kurz bevor der ausgegangen ist, lief der Lüfter nochmal auf Hochtouren. Hier wieder mein Mainboard von unten. Den Netzstecker habe ich natürlich ganz klar rausgezogen. Hier hat es dann eine Schraube, zwei, drei, vier, fünf, sechs und die schraube ich jetzt mal alle raus. Und gucke mir mal die Wärmeleitpaste hier an, ob die ausgehärtet ist, ob die überhaupt richtig aufgetragen wurde. Und möglicherweise gibt es natürlich hier auch ein Problem mit den RAM-Bausteinen oder anderen ICs, die hier, wie man hier sieht, mit Wärmeleitpads gekühlt werden. Die Schrauben habe ich jetzt hier rausgeschraubt und dann kann man das ganz vorsichtig abnehmen. Manchmal kleben diese Heatpipes da richtig dran fest. Das liegt dann eben an der Wärmeleitpaste. Die hat ja auch eine gewisse Klebkraft und auch die Wärmeleitpads und so sieht das von unten aus. Hier sind also verschiedene Wärmeleitpads drauf. Da habe ich eins, zwei, hier ist ein drittes, hier ein viertes, das ist an dem IC kleben geblieben, hier noch ein fünftes. Und hier sieht man die Wärmeleitpaste einmal von der CPU hier und einmal hier von der GPU. Das ist eine HTI-Grafikkarte und das ist ein Intel Core i3. Und hier oben sieht man schon, das ist ganz schön hart alles hier. Und die meiste Wärmeleitpaste, die ist auch irgendwie neben dem eigentlichen Prozessor. Also die ist hier neben so rausgequatscht. Hier der Prozessor selber, der hat und auch hier die Grafikkarte, da sieht man das besonders gut. Und relativ wenig Kontakt gehabt zu dieser Heatpipe. Wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht man, dass hier in der Mitte so ein kleiner Klecks ist. Links sieht man das Kühlelement für die Grafikkarte und da ist so ein Klecks mit Wärmeleitpaste in der Mitte und außenrum aber relativ wenig. Und ganz außen, wo die ganze Wärmeleitpaste ist, da wird eh nichts gekühlt. Und rechts bei der CPU sieht das so ähnlich aus. Da sieht es eigentlich noch schlimmer aus. Da ist außenrum ein Riesenwulst von Wärmeleitpaste. Das bringt da gar nichts. Und in der Mitte sieht man also das Kupfer von der Heatpipe. Und da findet natürlich auch keine Kühlung statt. Keine Kühlung mehr statt. Vielleicht hat die auch noch nie da richtig stattgefunden. Vielleicht wurde das einfach nicht richtig sorgfältig aufgetragen. Ich mache diese Wärmeleitpaste jetzt mal komplett hier runter. Einmal von der CPU, von der Grafikkarte. Und natürlich auch nicht vergessen, hier hinten von dem Kühlelement, die muss komplett hier weg sein. Außen diese Verschmierung, die bringen da eh nichts. Die stören da nur. Und oben der eigentliche Prozessor oder die Grafikkarte, die muss ganz sauber sein. Und das, wie gesagt, gilt auch hier hinten für den Kühler. Jetzt habe ich hier den Kühlkörper komplett sauber gemacht. Also da kann man jetzt auch wieder mit dem Finger drauf. Da ist nichts mehr drauf an Wärmeleitpaste. Und tue ich mal dieses Tuch weg. Das kann in den Müll. Und so sieht dann die CPU aus. Und hier ist dann die Grafikkarte. Und da mache ich jetzt ein bisschen Wärmeleitpaste drauf. Wärmeleitpaste gibt es ja verschiedene. Die gibt es entweder in so einer Spritze hier. Hier sind 30 Gramm drin. Das reicht natürlich, ich vermute mal, für 100 verschiedene Notebooks oder PCs. Da muss man hier ein bisschen drauf machen. Wobei ganz wenig reicht da definitiv. Verstreichen kann man das mit einem Pinsel. Allerdings kann man den Pinsel danach nicht mehr wirklich für irgendwas anderes benutzen. Ich nehme einfach ein Stück Papier hier. Das ist so ein Post-it-Zettel. Den habe ich einfach mehrfach gefaltet. Und die Wärmeleitpaste, also diese hier jetzt, die ist auch relativ hart. Ich glaube, mit dem Pinsel hätte das auch gar nicht so gut geklappt. Und dann verteile ich die jetzt mal hier auf der CPU. Und auf der Grafikkarte. Ich drücke jetzt hier die Heatpipe mal drauf. Und gucke mal, wie die Wärmeleitpaste sich hier verteilt. Ob die auch Kontakt zur Heatpipe hat. Nicht, dass da zu viel Spiel drin ist. Und jetzt nehme ich es mal ab. Also kleben tut es schon mal. Das haftet ein bisschen an. Und so sieht das aus. Und da ist einmal die Wärmeleitpaste hier oben und hier und einmal hier unten. Und da hat es sich auch ein bisschen hier zur Seite weggedrückt. Aber wie gesagt, immer noch besser als vorher. Jetzt ist wieder alles hier feste geschraubt. Und der Lüfter ist auch drauf. Und ich schalte es mal ein. Und jetzt ist es wieder ausgegangen. Der Lüfter ist kurz vorm Ausgehen eben nochmal ganz stark angelaufen. Der wurde da lauter. Also irgendwas hat das wahrscheinlich hier mit der Kühlung zu tun. Und ich tausche mal die Wärmeleitpads aus. Wärmeleitpads gibt es in verschiedenen Dicken. Da habe ich immer ein paar verschiedene von da. Hier habe ich welche mit 0,5 mm. Sehen so aus. Und hier auch nochmal 0,5 mm. 1,5 mm. Das ist ein bisschen dicker. Und das hier, das große, das sind auch 1,5 mm. Und das muss man sich hier so entsprechend rausschneiden. Oder kann sich das rausschneiden. Und das hier, das mache ich dann mal ab. Das müssten aber auch so 1,5 mm sein. Lieber mal ein bisschen zu dick. Weil platt drücken tun die sich ganz von selbst. Da schneidet man die mit einer Schere hier aus dem großen Wärmeleitpad aus. Und kann die dann entweder hier anpassen an das alte. Oder man legt die hier drüber. Und das mache ich mal. Ich lege das hier so mal drauf. Da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Die muss man noch abziehen. Und hier diese beiden Chips, die müssen noch gekühlt werden. Denn das sind dann diese beiden hier. Und die beiden brauche ich gar nicht. Weil diese beiden Wärmeleitpads, man sieht es vielleicht auch, die sind noch gar nicht platt gedrückt. Die würden hier diese beiden ICs kühlen. Wahrscheinlich Speicher für das Rahmen der Grafikkarte. Aber das ist hier gar nicht bestückt. Das heißt, diese beiden, die hingen eigentlich immer in der Luft. Also nur diese drei werden jetzt hier bei dem Modell gebraucht. Da wird dann hier diese Folie abgezogen. Und dann wird das hier drauf geklebt. Wobei das haftet eher so richtig kleben, tut das auch nicht. Und das gleiche dann hier drüben. Die Folie, die kann ab. Und dann kommt dann hier das Wärmeleitpad über die beiden ICs drüber. Und diese Kombination hier, dass ein Wärmeleitpad über zwei ICs geht, die findet man auch recht häufig bei Notebooks. Und das wird auch von den Herstellern so verbaut. Man darf aber auf keinen Fall vergessen, die andere Seite hier auch von der Schutzfolie zu befreien. Weil die ist wirklich nur für den Transport, die Schutzfolie. Die darf man auf keinen Fall drauf lassen. Meine Wärmeleitpaste, die ich eben drauf gemacht hatte, die wurde jetzt einmal so 60 Grad heiß ungefähr. Und die hat sich hier ein bisschen verändert. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Die ist ganz schmierig geworden. Also an einigen Stellen hat die sich auch abgelöst von der CPU. Da ist hier dieser Kern wieder blank. Und die mache ich mal ganz ab und mache das mal neu. Die alte Wärmeleitpaste, die ist jetzt komplett wieder weg. Hatte ich wieder weg gemacht mit Nitroverdünnung. Und das muss man gut ablüften lassen, dass da kein Reinigungsmittel mehr drauf ist. Und dann mache ich jetzt hier ein bisschen von der dünnflüssigeren Revoltek Wärmeleitpaste. Passte was drauf. Das muss nicht zwangsläufig besser sein. Das kann besser sein. Aber gut, hier hat die alte ja nichts gebracht. Und da probiere ich es eben einmal mit einer anderen. Die alten Wärmeleitpads, die kann man einfach so abmachen. Die kleben da meistens nicht weiter dran. Manchmal zerbröseln die. Die tun es aber nicht. Die zwei mache ich auch mal ab. Die werden ja eigentlich gar nicht gebraucht. Gut, dann brauchen sie auch nicht drin sein. Und dann kann man jetzt das Kühlelement hier drauf machen. Und hier Wärmeleitpad Nummer 1. Das ist, da ist die Schutzfolie abgemacht. Hier drüben auch. Dann Wärmeleitpaste, Wärmeleitpaste. Und dann schraube ich das wieder fest. Ich habe das Ganze jetzt wieder zusammengebaut. Habe das mal andersrum hingelegt. Also der Einschalter ist jetzt hier hinten. Da sieht man das Ganze ein bisschen besser. Und ich kann das Ganze auch mal hier nachmessen. Mit so einem Digitalthermometer. Und ich schalte es gleich mal ein. Hier ist das CD-Laufwerk. Jetzt habe ich es eingeschaltet. Da gibt es ein Bild. Gucken, was da passiert. So, CD-Laufwerke funktionieren übrigens auch auf dem Kopf. Zumindest dieses hier. Ich war ganz überrascht. Und er bootet. Der Lüfter läuft nicht an oder noch nicht an. Und ich starte nochmal das Testprogramm. Jetzt läuft der Lüfter an. Jetzt sieht man das hier auch. Und hier steht dann 51 Grad Temperatur. CPU-Temperatur. Das ist ja die CPU hier. Und kann ich aber irgendwie so gar nicht messen. Also ich messe hier nur 27 Grad. Und da ist es jetzt auch schon wieder ausgegangen. Wo das ja nur ganz kurz lief. Und wenn man hier die Hand dran hält, ist es zwar warm. Hand warm sozusagen, aber auch nicht übermäßig heiß. Also hier kann natürlich sein, dass das Gerät irgendwann mal überhitzt hat. Und dass da irgendein anderer Chip jetzt defekt ist. Oder überhaupt die CPU ist defekt. Oder die Grafikkarte. Aber ein Kühlproblem ist das jetzt nicht mehr. Was natürlich auch sein kann, ist, dass diese Heatpipe hier defekt ist. Da findet ihr einen Link unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da gibt es bei Wikipedia einen guten Artikel zu. Da wird das beschrieben. Habe ich aber praktisch noch keine gesehen. Und die wird auch nicht allzu besonders heiß. Oder überhaupt, hier wird überhaupt nichts heiß. Weder die CPU noch hier die Grafikkarte. Also wie gesagt, es gibt Notebooks, die funktionieren auch mit 80 Grad, 90 Grad. Da kann man kaum noch drauf greifen. So weit kommt das hier gar nicht. So weit ist das hier nicht der Fall. Schade also, dass das nicht geklappt hat. Bei den meisten Notebooks funktioniert das sehr gut. Bei diesem jetzt nicht. Guckt mal auf dem Kanal. Da findet ihr noch andere Notebooks, die ich repariert hatte. Die haben danach wieder funktioniert. Da gibt es eine ganze Menge davon. Gibt es auch viele Gamer-Notebooks. Die funktionieren einwandfrei, stürzen dann aber erst beim Spielen ab. Da findet ihr auch ein Video dazu. Unten in der YouTube-Videobeschreibung. Oder dann eben hier auf der Seite tooltime.de. Besucht einfach mal die Seite tooltime.de. Da gibt es noch jede Menge andere Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare rein. Da antworte ich gerne drauf. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert. Wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs. Oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut. Druckköpfe reinigt und instandsetzt von Canon, Brother usw. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.